Hallo und herzlich Willkommen. Heute zeige ich euch mal wieder ein tolles Bustes Set von Stand Up. Und zwar werden unsere Sets ja so geliefert in dieser schönen praktischen Box, die ihr natürlich auch, wie ihr wollt, noch gestalten könnt und als Geschenkverpackung zum Beispiel verwenden könnt. Das heutige Set heißt Mein Anker. Was haben wir denn da drin? Wir haben hier zum Beispiel ein bisschen Dekoschnur, wir haben ein kleines Stempelkissen in Pazifikblau, wenn ich das richtig sehe. Ja, Pazifikblau. Dann haben wir hier ein Acrylblock zum Stempeln. Also das ist ein Karten-Set oder ein Bastelset mit Stempeln. Da schauen wir mal, was haben wir denn da. Wir haben hier zum Beispiel ein Leuchtturm, ein Anker, ein paar schöne Sprüche, ein kleines Schiffchen, ein Seestern, ein Steuerrad, nochmal einen kleinen Anker, ein paar Wellen, wenn ich das richtig sehe. Okay, das ist alles so dabei. Das heißt, ihr könnt wirklich loslegen mit Stempeln, Basteln und so weiter. Ein weiterer Vorteil hat dieses Set, man hat auch Klebematerial gleich dabei. Hier haben wir so kleine Dimension Nets, das sind so 3D-Klebepunkte mit so Staubenstoff dazwischen. Dann haben wir hier ganz süß so kleine Umschläge. Schaut mal, in einer sehr schönen Farbe. Also so Mini-Umschläge haben wir dabei. Dann haben wir hier, was ist denn das Tolle? Ah, schaut mal hier. Das sind so als Verpackung. Da gucken wir mal, was wir gleich draus machen. Dann haben wir hier nochmal so Kartonagen. Ich denke mal, das ist so das Inlay für diese kleinen Hüllen hier. Dann, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4. Vier kleine Geschenkverbrauch kann man basteln. Passend dazu kleine Kärtchen. Ups, ich kriege das gar nicht alles raus. Hier, schau mal. Die sind auch schon vorgefeilt. Und da lässt sich bestimmt was richtig Teues draus machen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah, dann haben wir hier noch so vorgedruckte Elemente. Das heißt, ihr müsst nichts stempeln, ihr braucht keine Stanzmaschine hierfür. Sondern ihr könnt hier wirklich dann was rauslösen und dann aufkleben. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Kärtchen. Dann haben wir hier nochmal so Schilder zum rauslösen, Kreise und so. Dann hier kleine Klebepunkte. Das heißt, ihr müsst tatsächlich hier für so ein Set keine Klebematerialien kaufen. Also ihr braucht keinen Kleber. Außer ihr wollt noch was Besonderes drauf machen, fixieren oder so. Dann könnt ihr noch extra was drauf kleben. Aber an sich habt ihr hier zum Basteln wirklich alles dabei. So, dann schauen wir mal. In den Sets sind immer auch Vorschläge bzw. kleine Anleitungen dabei. Nun schauen wir doch mal, was wir daraus gleich mal machen. Also so sieht das dann aus. Hier ist noch so ein Hartkarton. Den kann man vielleicht aufbasteln, wenn man möchte. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben hier so kleine Geschenkschachteln. Und zu den Schachteln hat man auch gleich ein Kärtchen. Und hier, wie man sieht, ist eine schöne bebilderte Anleitung dabei. Das heißt, wir haben hier jetzt zum Beispiel einen Vorschlag, wo wir hier die Schnur benutzen können. Und dann würde ich doch mal sagen, also hier sind so sechs verschiedene, na mehr. Also wirklich, ah ja, ganz verschiedene. Schauen wir doch mal, was wir als erstes basteln, was wir da haben. Machen wir doch gleich mal hier so die erste Anleitung. So, wenn ihr schon mal ein Video gesehen habt, wisst ihr, ich sammle mir jetzt meine Materialien zusammen. Dann, also wir brauchen das Stempelkissen, dann brauchen wir, aha, das ist das Kärtchen, schaut mal, das Kärtchen, dann die Schnur, dann brauchen wir einen Anker zum Kleben. Also er wird aufgeklebt, hier so ein blauer Anker, mache ich mir jetzt mal hier raus. Zack, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, ich habe so ein Set, hm, ist ja alles easy. Natürlich könnt ihr euch mit Einzelheiten auch noch was erweitern. Ja, das ist jetzt wirklich so für Anfänger oder für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben zu basteln, die einfach mal schnell was Süßes, Kleines selber machen wollen. Dafür sind so diese Sets sehr gut geeignet. Es gibt Leute, die arbeiten im Schichtdienst, wollen aber trotzdem mal was Persönliches verschenken. Für diese Leute sind tatsächlich diese kleinen Sets sehr gut geeignet. So, also wir haben jetzt unseren Anker, wir haben die Karte. Ah ja, dann ist hier noch so ein Schildchen, das kriegen wir auch noch hin, hier so ein kleines Schmales. Und ein runder Kreis soll rausgelöst werden, das machen wir auch gleich. Die Frage ist nur ein großes, ach, ich glaube ein großes, das sieht nach einem großen aus. So, dann haben wir das Schildchen, dann, ah ja, ein Kreis, so, dann haben wir den Kreis, dann natürlich ein Stempel. Gucken wir mal, was haben wir denn da, was ist denn mit mir da drauf? Also da ist ja sowas wie nicht so, herzlichen Glückwunsch. Sag mir danke. Auf neuen Ufern. Sollen wir einfach Glückwunsch? Machen wir mal vielleicht, machen wir einfach mal Glückwunsch, ne, das hört sich auch gut an. So, nehmen wir hier das. Upsa, Glückwunsch. Richten wir uns auch schon mal da hin. So, dann haben wir den Stempel. Unseren Acrylblock. Ich nehme jetzt schon einige, die ich benutzt habe. Es gibt bei den Acrylblocken einen Unterschied. Ja, wenn ihr euch die kauft, die muss ich unbedingt mal sauber machen, sehe ich gerade. Aber wenn ihr euch welche kauft, die sehen etwas anders aus, als die, die jetzt bei den Sets dabei sind. Es ist auch nicht bei jedem Set eins dabei. Aber bei denen, wo wir jetzt dabei sind, die sehen schon anders aus. Die, wenn man sie jetzt kauft, das ist jetzt mal ein großer Block. Der hat hier noch eine Vertiefung drin, dass man das besser greifen kann. Aber wirklich so, um, ich sage jetzt mal, auf die Schnelle oder sowas zu machen, sind die, die beiliegen, auch in Ordnung. So, also das haben wir. Dann brauchen wir die Klebepünktchen. Die habe ich hier auch schon. Und Dimensionals, die kleinen sind das. Brauchen wir auch. So, dann haben wir das schon mal. Dann legen wir nochmal los und gucken, wie einfach man da so ein schönes Kärtchen machen kann. Also, das erste, da soll man so ein Band drum machen. Gut, dann legen wir nochmal los. Oh, das sieht richtig aus, wie so ein Seil. Seht ihr das? Das passt richtig zum Thema. Das ist eine tolle Farbe. Das passt richtig gut. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie macht man das? Nehme ich jetzt wirklich ein Band und wie geht das komplett drum rum? Ich habe mir überlegt, ich mache das vielleicht wirklich nur so als Deko obendrum. So, dann nehmen wir das hier so. Und wie positioniert. So vielleicht auf die Höhe. Dann soll das noch zusammengeknotet werden. Dann machen wir mal das so. Dann gebe ich nochmal so. Wegschneiden kann man immer noch. Ich nehme das jetzt einfach mal so grob doppelt. Was im Set natürlich nicht dabei ist, ist zum Beispiel eine Schere. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich die hingeräumt habe. Da. Also eine Schere würde ich euch, eine gute Papierschere würde ich euch natürlich empfehlen, dass ihr euch da eine besorgt. Entweder bei Stampin' Up oder wo auch immer. Natürlich empfehle ich euch Stampin' Up. So, also das sind jetzt so die zwei Schnüre. Also ich mache es jetzt nicht durchgehend, sondern zwei einzelne Schnüre. Dann, ähm, was ich euch noch empfehlen kann, ist so ein Aufhebhelfer, aber da kommen wir später zu. So, das sind so die Dinge. Jetzt, ähm, die Montage. Also, ich würde jetzt wirklich gucken, dass man hier eins dran befestigt, auf der anderen Seite. Da würde ich, was nehmen wir denn da, nehmen wir da so ein Klebepünktchen. Ja, ich würde so ein Klebepunkt zum Fixieren nehmen. Jetzt will ich die Fing da. Also, und jetzt kommt mein Aufhebhelfer ins Spiel. Mit dieser Plattenseite kann man nämlich wunderbar hier drunter fahren. Und das anheben, weil sonst habt ihr das Problem, wenn ihr es mit dem Finger macht, dass die weiße Trägerfolie runter ist, aber der Klebepunkt ist noch auf der Folie. Mit dem Aufhebhelfer geht das doch ein bisschen einfacher. So. Also, wie machen wir die Karte auf? Ich halte mir die nicht gerade mal vor, dann ist es auch nochmal ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn man es so nach oben klappt, machen wir es auf. Das ist der Vorderteil. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken. Ich denke mal, ja. Im fünften Streifen mache ich das mal fest. Kommt das so hin? 1, 2, 3, 4, 5. Achso, auch für die sechste Streife sollte das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das ist jetzt schon ein bisschen tricky. Oh, da ich meine Stämme schon festgepasst, ich mache da mal schon meinen Mikrülblock drauf. So, dann ist das montiert. Und dann... Jetzt hebe ich hier vorsichtig. ... die Trägerfolie ab. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Jetzt klebe ich mein... ...Seilstück hier so drauf. So. Das sollte dann halten. So, und schon habe ich schon die erste Seite montiert. So, dann lege ich mir jetzt hier hin, dann weiß ich ungefähr, wo soll der zweite Klebepunkt hin. So, jetzt löse ich mir hier den zweiten Klebepunkt ab. So, versetze ich mir richtig. So, versetze ich mir richtig. So, dann müsste ich ungefähr hier hin. So, jetzt setze ich mir hier die zweite Schnur drauf. Scheiße. So, jetzt lassen wir es einfach mal klingeln. Wir sind hier am Basteln. So. Und jetzt mache ich hier die Schleife drauf. So, und ich setze hier dann einfach einen ganz normalen Knoten. So ungefähr ist das hier. Ich kann ihn ein bisschen versetzen. So ist es hier zumindest in der Anleitung gegeben. So, jetzt mache ich hier den Knoten drauf. So, und dann habe ich hier noch ein bisschen Schnur übrig. Also, ich würde jetzt sagen, von den Maßen her habe ich das schon ganz gut genommen. So sieht das jetzt schon mal aus. So, jetzt widmen wir uns dem Kreis hier. So. Wir können jetzt den Anker draufkleben oder hier ist vorgeschlagen, dass man den Stempel... Ich glaube, das machen wir. Dann sieht man gleich mal, wie der Stempel wirkt. Das ist eine gute Idee. So, ich löse jetzt den Stempel vorsichtig ab. Schaut mal. Also, die Stempel sind so mit zwei Folien, damit sie geschützt werden und dreckig werden. Ihr könnt euch zum Stempel reinigen. Es gibt einmal so eine Stempelreinigungsbox zum Reinigen. Die nutze ich sehr gerne. Aber wenn ihr gerade anfangt, reicht es auch, wenn ihr Stempelfarbe drauf habt und das unter laufendem Wasser erst mal abkommt. ausspült und dann mit einem fusselfreien Tuch abtupft. Aber wenn ihr wisst, okay, hey, ihr wollt jetzt doch mehr Stempeln und mehr machen, empfehle ich euch tatsächlich die Stempelreinigungskiste. Zusammen mit dem Stempelreiniger. So, jetzt habe ich hier den Stempel drauf montiert. Ich mache das zwischendurch nochmal so aus Papier, damit ich wirklich weiß, das Stempel ist jetzt richtig. Und ich nehme ausnahmsweise jetzt mein Großstempelkissen, weil ich habe das Pazifikblau tatsächlich auch hier als große Variante. Dann muss ich jetzt den kleinen Stempel nicht auspacken. So, jetzt nehme ich den Stempel und tupfe ein paar Mal drauf, sodass schön alles... Und das ist auch toll. Man sieht hier gerade bei den Fotopolymerstempeln so richtig schön die Tinte, ob alles wirklich überall gut verteilt ist. Und so sieht es schon richtig geil aus. So, jetzt stempeln wir das mal. Setzen das mittig an. Durch den Acrylblock sieht man wirklich richtig, wo positioniert man das Ganze. Ich lasse es immer so ein bisschen noch die Farbe einziehen und dann löst man das vorsichtig ab. Und schon hat man einen tollen Stempelabdruck. Sieht das nicht klasse aus? Ich finde es auch ein sehr schönes Blau. Also das Pazifikblau ist wirklich klasse. So, und jetzt gleich im Anschluss. Das ist meine Reinigungskiste. Ich habe hier einen blauen Punkt drauf. Das heißt, ich weiß auf der Seite, wenn ich es jetzt aufmache, wo der Stempelreiniger drauf muss. Ihr könnt auch die innen lehnen. Das ist wie so ein Teppich, fühlt sich das an. Könnt ihr auch zwischendurch immer mal rausnehmen, mit klarem Wasser ausspülen. Heute ist was los. Hört ihr das gerade? Rettungsdienst oder Polizei, was auch immer. Also in den letzten Tagen bei uns, das ist Wahnsinn. Manchmal gibt es so Phasen, das ist alles. Ah, jetzt kommt noch die Feuerwehr hinterher. Man macht es erst also in der Reinigungskiste, wo der Reiniger drauf ist. Dann geht man rüber, macht das Ganze trocken. Und schon ist der Stempel sauber. So, ich hoffe, es kommt jetzt nichts noch mal nach. Sonst wird das hier nichts. Ihr hört mich nicht. Also, der Stempel an die Seite. Ah, wir müssen ja noch was stempeln, fällt mir gerade eins. Und zwar unseren kleinen Spruch. So, dann muss ich gucken, dass das da richtig ist, weil die machen wir in der gleichen Farbe. Glückwunsch steht da jetzt drauf. Dann mache ich das an die Seite. Das Tolle ist, auch die Stempelfarbe trocknet echt zügig. So, jetzt habe ich hier unser kleines Schildchen. So, jetzt das Glückwunsch. Und das ist doch ein wirklich sauberer Abdruck. Ich weiß nicht, ob die sind. Warte mal. Ich komme mal kurz ran. Guck mal. Könnt ihr das sehen? Da. Ist das nicht ein wunderschöner Stempeldruck? Also, ich bin echt überrascht gewesen. Immer wieder. Immer wieder. So schöne Stempel. Und eins kann ich euch noch sagen. Wenn ihr wirklich mal einen Stempel habt, denn nicht wirklich ordentlich Stempel. Also, auch da muss ich sagen, bei Stampin' Up, wenn man Fotos hinschickt und die antworten und kümmern sich drum, dass man auch Ersatz kriegt, wenn noch Ersatz da ist. Also, da bin ich wirklich begeistert. Also, sowas Gutes habe ich selten. Weil viele diskutieren ja immer mit, machen sie hier und Anwendungsfehler da. Aber wenn man wirklich sich Mühe gibt und ehrlich ist und denen die Fotos schickt von den ganzen Sachen, von den Fehlstempel-Geschichten, dann helfen die einem weiter und man kriegt auch Ersatz. Aber wir wollen jetzt über Ersatz gehen, sondern es geht ja jetzt hier um dieses tolle Set. Was haben wir jetzt schon gemacht? Wir haben gestempelt. Unseren Glückwunsch haben wir. Wir haben unsere Schnur befestigt. Jetzt geht es weiter. So, und jetzt hier auf der Anleitung sieht man gleich, schau mal, hier sind so, ich hoffe, ihr seht das richtig, hier so drei kleine Pünktchen. Da sieht man jetzt schon mal, aha, da sollen jetzt Klebepunkte drauf. Und auf dem Kreis sind drei so, ja, man sieht, da sollen die Form sein von diesen Dimensionals, die drauf sollen. Also kleben wir das genauso mal an. Also, zuerst brauchen wir hier den Kreis, hier den Hinweis, bitte umdrehen. Wenn ihr jetzt hier alles drauf klebt, ja, auf die bestempelte Seite, dann klebt man das so auf und man sieht das Motiv nicht. Nur so als Tipp, ja. Erst umdrehen, dann die Dimensionals drauf und los geht's. Und es ist auf der Anleitung auch schon schön zu sehen, wo die hin sollen. Also, gerade für Anfänger, die jetzt noch nicht so das Auge haben, echt eine tolle Sache. Denn man muss, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, als Kind hat man so viel Fantasie und so viele Ideen. Und im Erwachsenenalter habe ich festgestellt, so der Blick für die Kunst, wenn man damit so nichts mehr zu tun hat, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, hauptberuflich, irgendwann geht so ein bisschen dieses künstlicherische Auge verloren. Und da muss ich sagen, hilft einem tatsächlich erstmal zum Start so ein Set, um einfach mal, ja, mal wieder so einen Blick für viele Dinge zu kriegen und dann damit zu arbeiten. Und dann kriegt man irgendwann, je mehr man damit macht, immer wieder mehr so ein, oh, da könnte noch das hin, da könnte noch so ein Motiv. Und dann, man kriegt wirklich da ein tolles Auge irgendwann damit. Also da kann ich jedem nur ansetzen. So, da haben wir jetzt schon die Dimensionals drauf. Jetzt brauchen wir noch die Klebepunkte hier auf unser Glückwunschschildchen. Und das machen wir gleich. So, ich nehme wieder mein Aufhebhelferchen. Und der Aufhebhelfer ist auch ein ganz, ganz tolles Tool. So, eins soll ich hier auf die Mitte. Denn es gibt hier verschiedene Aufsätze, zeige ich euch gleich. Ich muss gucken, dass ich mich nicht total verhaspel, dann wird das Video nämlich immer länger, weil mir immer so viel einfällt. Manchmal weiß ich nicht, was soll ich erzählen und manchmal sprudeln alle Informationen aus mir raus, weil ich denke, hey, ich würde das alles wissen wollen. Aber ihr könnt mir ruhig eine E-Mail schreiben und Fragen stellen. Da helfe ich euch gerne weiter. Ja, ganz, ganz coole Geschichte. Also so. Auch wenn ich vielleicht nicht immer alle Antworten gleich parat habe, ich gebe mir Mühe und versuche alles herauszufinden. So, jetzt haben wir hier alles schon mal vormontiert, die Klebepunkte. Also hier haben wir hier die drei Klebepunkte. Hier hinten haben wir die Dimensionals. Und jetzt montieren wir das Ganze doch mal auf unser Kärtchen und gucken mal, wie das dann wirkt. Also. Ich nehme mir jetzt ganz kurz, das ist auch ein Zubehör, was ich auch empfehlen kann. Und zwar so ein Falzbein oder Falzhilfe, wie auch immer die das nennen. Für mich ist es ein Falzbein. Dann gehe ich hier nochmal drüber, damit er richtig schön fest ist. So. Jetzt montiere ich hier den Anker. Der soll ungefähr hier so dran. Ach, das sieht richtig schön aus. Ich finde das jetzt schon total süß. Und jetzt, um hier diese Dimensionals abzunehmen, nehme ich mein Multitool, wechsle die Spitze und dann kann ich hier mit der Spitze so kurz reinpiksen und hebe mir dann hier die Folien, also die Trägerfolie runter. Und dann haben wir es gleich geschafft. Dann haben wir gleich das erste Kärtchen super zügig fertig. Wenn ihr sagt, das dauert aber lang. Ja, ich erzähle hier auch noch dabei und ich möchte auch, dass ihr so viel wie möglich seht. Und Verbesserungsvorschläge nehme ich immer wieder gerne an. So, jetzt setzen wir es mal auf. Also ihr könnt mich gerne mal anschreiben. Und dann gucke ich, was ich verbessern kann. So. Also jetzt haben wir schon mal hier das montiert. Guck mal. Hier kommt die Schnur raus und so. Ich finde das ganz schick. Jetzt kommt natürlich noch unser Schildchen drauf. Jetzt nehme ich hier ausnahmsweise auch mal so die Spitze und versuche mal da drunter zu fahren, um die Trägerfolie von den Klebepunkten runter zu nehmen. So, Nummer eins. Upsala. Und hier die Nummer drei. So. Das hätte ich auch schon mal aufgefallen, wenn ihr mal andere Bastelvideos gesehen habt, ist es meistens so. Wenn man gerade bastelt, es klingelt, die Feuerwehr kommt, immer. Wenn sonst nie jemand klingelt oder etwas möchte, wenn man bastelt, kommt meistens jemand, der etwas will. Aber es ist ja immer so. Oder wenn man gerade am Kochen ist oder so. Jetzt platzieren wir das mal hier so ungefähr. Dann haben wir hier das fertige Objekt. Ist das nicht niedlich? Ich finde das super. Jetzt kann man es hier aufmachen, man kann es hier beschriften. Wenn man will, kann man hier noch etwas draufkleben, wenn man es nicht sehen soll. Aber ich finde es so vollkommen in Ordnung. Und schon hat man sein erstes kleines Kärtchen fertig. Also wenige Schritte. Wir hatten drei Schritte und man hat schon ein kleines Kärtchen, was man jemandem auch zum Geschenk... Mir fällt gerade ein, hier waren doch so kleine Umschläge mit dabei, wo das dann auch reinpasst. Ich suche gleich. Ich suche gerade mal. Kleinen Moment. Da war was. Hier. Schauen. Jetzt hat man hier so einen kleinen Umschlag. Schon passt es da rein. So, dann kann man es da rein machen. Es ist ein bisschen tricky, weil die Schnur doch ein bisschen dick ist. Und jetzt passt es mir noch eine kleine Geschenkebox dazu. So, dann hat man hier einen kleinen Umschlag. Und die Karte innen was reinstempelt. Es sind ja verschiedene Stempel da. Ich mache jetzt wirklich nur klassisch hier diese Anleitung. Gestalten könnt ihr noch weiterhin den Innenteil oder den Umschlag mit den Stempeln. So, wie ihr es gern hättet. Ja? Zum Verschenken. Ich mache jetzt wirklich nur hier, um mal so zu zeigen, wie einfach diese Anleitungen sind, dass man wirklich ganz einfach starten kann mit so einem Set, um anzufangen oder auszuprobieren, ich stelle das überhaupt was für mich. Es ist schade, wenn man sich mit Sachen eindeckt für ein neues Hobby und dann merkt man, ach, eigentlich macht mir das überhaupt keinen Spaß. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das gemacht. Da haben wir hier noch schöne Beispiele für andere Kärtchen. Aber ich würde jetzt gern eine Geschenkbox basteln. Und da habe ich hier in der Anleitung Nummer 6. Ah, ich sehe gerade, es sind keine Wellen beim Stempel dabei, sondern so kleine Möwen. Ich gucke gerade mal. Ah, hier. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Wenn ihr euch das bestellt, wie gesagt, seht ihr das? Das ist ja süß gemacht. Die braucht man aber leider nicht. Aber weiter geht es. Jetzt geht es um die Geschenkbox. Und hier sind auch die Abbilder. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber hier sind so kleine Bildchen, wie man das faltet und wie man das macht. Jetzt haben wir hier, fangen wir mit dem Boden an. Und wie gesagt, ist alles schon fertig. So, dann falten wir uns das mal vor. So. Das ist wirklich super easy gemacht. Und ich habe die Box wirklich gerade erst ausgepackt. Also ich habe nichts vorher geübt. Ich bastel die Sachen tatsächlich jetzt hier zum ersten Mal nach. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. So. Aha. Prinzip habe ich schon verstanden. Soweit. Es ist so dickerer Karton. Ich falze das am besten mit dem Falzbein doch nochmal nach. Weil ich glaube, das ist doch viel praktischer. Wenn man das doch nochmal ein bisschen nachfällt. Weil es so Karton ist. Aber ich finde es jetzt schon total süß. Und es gibt immer wieder verschiedene Sets. Also das heißt, wenn bei Stampin' Up mal ein Set ausverkauft ist, dann gibt es irgendein neues. Ja, Richtung Weihnachten ist bestimmt was Tolles zum Thema Weihnachten. Oder jetzt im Sommer sind jetzt die Sets neu rausgekommen, die ich jetzt nach und nach hier vorgestellt habe oder noch vorstellen werde. Gut. Ich habe das jetzt alles nochmal vorgefeilt. Dass es ein bisschen flexibler ist. Und jetzt haben wir hier auch wieder so Klebestreifen. Die sind aber auch schon fertig montiert. Da müsst ihr nichts machen. Und da brauche ich glaube ich tatsächlich so diese kleine Mini-Palette. Also noch zu diesem Aufhebhelfer. Also ich musste am Anfang, habe ich mir überlegt, brauche ich das wirklich oder nicht. Aber es ist wirklich ein tolles Multi-Tool. Wie gesagt, es gibt verschiedene Aufsätze. Auf der Seite haben wir hier die Möglichkeit tatsächlich was auch aufzuheben. Da ist so ein bisschen so ein Wachs-Knetgummi-Zeug drauf. Um wirklich so kleine Elemente aufzuheben. Guck mal bei den Videos, die ich mal so hochlad, werde ich mit Sicherheit, wenn ich sie schon mal verwendet habe, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ihr werdet das mit Sicherheit sehen. So. Also der erste Klebestreifen ab. Jetzt montiert man das hier so zusammen. Und dann wird das hier umgeschlagen und geklebt. Und schon haben wir die eine Seite fertig. Und das ist eine relativ große Schachtel, muss ich sagen. Also doch, das ist super. Jetzt nehme ich hier auch den Klebestreifen ab und schon ist die Schachtel fertig. Da kann man auch, wenn man mal so eine Geburtstagsparty hat, für die Gäste eine Kleinigkeit reinpacken. Oder wenn man spontan irgendwo eingeladen ist, einfach so zum Kaffee, um irgendjemanden eine kleine Freude zu machen. Da sind die Schachteln echt sehr cool. Also gerade so im Set. Und was ich auch hier bei dem Set ganz praktisch finde, ist es wirklich eine Kombination aus Schachteln und kleinen Kärtchen. So. Jetzt haben wir den Boden fertig. Jetzt haben wir ja natürlich hier noch das für drumrum. Gucken wir mal, wie können wir das am besten wuscheln hier. So. Aha. Bei so Falzsachen. Wenn ihr irgendwann selber mal irgendwas basteln oder kreieren wollt, ein Tipp. Es gibt immer so eine Berg- und eine Talfalz. Die Talfalz sollte immer nach außen zeigen, wenn ihr was dann macht. So. Und schon ist hier die Schachtel fertig. Jetzt muss ich nur gucken, wie man das richtig zusammenschiebt. So. Und schon habt ihr eine kleine Geschenkschachtel mit einem Umschlag. So. Weiter geht's. Das haben wir jetzt montiert. Also es kommt jetzt gerade schon wieder ein bisschen Feuerwehr und Polizei. Ich mache mal eine kurze Pause. Ich melde mich gleich wieder. Also bis gleich. So. Da bin ich wieder. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Also. Jetzt kommt ein Motorrad. Hört ihr das? Mann, Mann, Mann. Also das ist unsere kleine Schachtel, die wir gebastelt haben. Guckt, die kann man so aufziehen. Und da könnt ihr so. Gerade zu Ostern gibt es ja so Füllmaterial für die Osternester. Und so ein bisschen was reinlegen. Einen kleinen Anhänger kann man verschenken. Egal was. Auf jeden Fall eine schöne Kleinigkeit. So. Jetzt wird aber diese Box auch noch gestaltet. Damit machen wir jetzt weiter. So. Wir haben unser Kärtchen. Wir haben eine kleine Box. Jetzt schauen wir mal. Auf dem Bild seht ihr hier zum Beispiel, es wird wieder gestempelt. Also Stempelkissen. Wie gesagt, das große ist nicht dabei. Dabei ist wirklich hier so ein kleiner Stamping Spot, nennt sich das. Alles. Aber ich muss eigentlich zwei Sachen aufhaben. So. Da wird jetzt zum Beispiel gestempelt als Vorschlag, haben die das kleine Schiffchen. Und das Wort für dich. Das suche ich mir auch noch raus. Für dich. Das ist auch ein tolles Spruch wie so, du bist mein Anker und so. Für den Freund, Freundin, was auch immer. So. Die zwei Kleinen. Dann wird hier wieder so ein Kreis benötigt. Hier wird ein kleiner. Und der Kleine, ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Das zeige ich euch mal. Da ist hier so ein Loch reingestellt. Also es ist nur so ein Geschenkanhänger. Guck mal. So. Machen wir raus. Und schon habt ihr hier so einen kleinen Geschenkanhänger. Auch eine super coole Sache. Also ich muss sagen, es ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Set. Man kann viel machen. Von Kärtchen bis zur Geschenkverpackung kann man sich da was aussuchen. Und dann haben wir, da wird auch noch ein Anker dran geknotet. Ich habe vorhin zum Glück ja schon einen rausgelöst. Perfekt. So. Aber jetzt stemmeln wir erstmal. Acrylblock, dann kommt hier das kleine Schiffchen drauf. So. Ich mache es fest. In dem schönen Pazifikblau. Also das Pazifikblau ist wirklich sehr, sehr schön. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr Katzen habt, schließt sie weg in den Stimmeln. Ansonsten habt ihr hier Katzenfoten drin, weil ihr wisst ihr wie das ist. Katzen kommen immer dann, wenn es unpraktisch ist. Noch ist es mir nicht passiert, aber man sieht manchmal immer wieder die Katzenhaken im Stimmelkissen. Kann viel Fell verlieren. Aber kriegt man alles wieder sauber, macht euch da auch keine Sorgen. So. Also. Hier das kleine Schiffchen. Wird jetzt da gestempelt. Da. Ihr müsst auch nicht alles so stempeln wie in der Anleitung. Also ich mache es jetzt wirklich nur, damit ihr mal so seht, was kommt bei raus, wenn man nach einer Anleitung das zusammenbastelt. Ihr sollt ein bisschen so die Angst vor dem Papier basteln. Also künstlerisch oder so groß talentiert bin ich nicht. Aber das entwickelt sich. Ich glaube, man entwickelt irgendwann so ein Auge dafür. Je mehr man macht, je mehr Ideen kriegt man dann. Muss ich euch noch erzählen. Ich habe das erste Mal, wo ich so eine Veranstaltung von Stampin Up gesehen habe, habe ich erst mal gedacht so, jo, ich habe so einen Katalog. Und dachte mir erst mal so, jo, schön, was es nicht alles gibt. Für was braucht man das denn? Und auch meine Frau hat schon gesagt so, irgendwie könnte man mit dem Katalog nichts anfangen. Aber je mehr man dann anfängt und wenn man dann mal so die erste Karte mal so fertig hat und dann denkt man, oh, da habe ich jetzt nur das und das geklebt. Ach, eigentlich wäre noch das schön und das schön. Und ich bin auch nicht so der Glitzer-Typ, also so hier Glitzerfreund. Aber dann irgendwann denkt man sich auch so Pailletten hier und da, wenn man so das Auge hat, dann kommen da richtig coole Sachen bei raus und irgendwann sind die Schränke immer voller, weil man dann immer wieder guckt, hm, was kann man da noch und das könnte da gut passen und da so ein Hintergrund und manchmal ist es dann schwierig, sich zurückzuhalten beim Bestellen, wenn man dann irgendwann so das Auge hat und wirklich denkt, oh, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist so Blümchen. Ich habe immer gedacht, für was braucht man denn mal Blümchen? Und dann habe ich das Stiefmüterchen irgendwann mal wieder gesehen im aktuellen Hauptkatalog. Und dann habe ich das so, ach, eigentlich für so eine Geburtstaskarte ist das schon ganz cool. Oder für was braucht man Bäume, habe ich mir überlegt, ne, Bäume, für was? Für was Bäume, Stempeln und Stanzen? Ja, und jetzt habe ich schon Ideen, wenn das kommt, was ich da machen kann, für jemanden zum Herbst, Geburtstag. Und das Beste ist bei den ganzen Sachen, erstens, die Sachen sind selbst gemacht und zweitens, so eine Karte, das, was du dann bastelst, gibst dich zweimal. Es kann nie passieren, dass du auf dem Geburtstag kommst, eine Karte abgibst und er kann sagen, oh, die habe ich ja schon gekriegt, von Elisabeth, wen auch immer. Ihr habt dann was Individuelles und ich denke mal, es wirkt auch immer ganz anders, weil es ist ja selbst gemacht. So, jetzt haben wir hier das gestempelt, hier haben wir den Anker. Könnt ihr das hier in dem Bild sehen? Also ich bin jetzt hier bei dem Bild. Jetzt mache ich gleich mal das Stempelkissen zu. So sind es passieren Unfälle. Ihr glaubt nicht, was mir schon passiert ist. Ich habe gebastelt, ich war so in meinem Element basteln, wo ich nie gedacht habe, dass es überhaupt mein Element wird. Ja, und ruckzuck hatte ich Currygelb am ganzen Ellenbogen. Ich habe mich richtig schön reingelegt. Und ich habe es auch noch nicht mal gemerkt, wenn man sagt, meine Frau, du bist ja ganz gelb am Arm. Woher kommt das denn? Der Flo hat gebastelt! Also vielleicht sollte ich mir auch irgendwann so eine Bastelschütze kaufen. Sicher ist das. Und vielleicht noch einen Helm und was auch immer. Egal. So, weiter geht's. Also wir haben jetzt hier die Schachtel. Jetzt wird das Ganze montiert. Jetzt nehmen wir hier unsere Schnur. Und hier könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr die Schnur festmachen wollt mit so Klebepünktchen oder ob ihr einfach sagt, nö, ihr macht das so irgendwie. Das passt schon. So, ich denke mal, so von der Länge wird das reichen. Ich schneide mir das jetzt hier ab. Boah. Das ist richtig stabil. So. Jetzt mache ich das hier so. So. Ich weiß nicht, aber ich glaube, da ich und Knoten so Geschenksachen gar nicht mache. Ich glaube, da mache ich wirklich doch so einen Klebepunkt zwischen. Das ist eine Idee. Da, wo die Schleife hin soll, das probieren wir jetzt einfach aus. Das ist zwar so jetzt nicht in der Anleitung, aber kennt ihr das, wenn ihr solche Sachen schleifen machen wollt, dann geht es wieder auf und dann hält das nicht richtig. Gucke ich mal so. Das ist ungefähr so. Hier will ich meine Schleife hinhaben. So. Jetzt mache ich das hier so. Auf die Höhe auf den Punkt. Jetzt drüge ich das hier mal so ein bisschen an. Es kann auch manchmal sein, dass nicht alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber das kommt derzeit. So, ich drücke mir das jetzt nur so ein bisschen an. Jetzt mache ich mir hier das Schildchen da rein. Erst den Anker. So. Das Schildchen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich gucke manchmal gar nicht so hin. So. Was mache ich denn da? Hm? Hm. 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 So. Dann habe ich hier so ein kleines Schleifchen. Im Nachhinein hätte ich das Band vielleicht doch noch ein bisschen länger machen sollen, damit es mit der Schleife etwas besser passt. Aber naja, gut. Wie gesagt, so ist das. Das ist das erste Basteln und Ausprobieren von so einem Set. Also, ich habe es schon jetzt gebastelt. Aber diese Anleitung ist jetzt das erste Mal, was ich mache. Man kann sich jetzt auch überlegen, wenn das jetzt, weil es jetzt so wibbelt, dass man vielleicht hier unten auch nicht durchgehend macht, sondern wirklich hier in den Seiten nur befestigt. Aber so viel außen finde ich, ist das eine ganz lustige Geschichte. Schaut mal, hier habe ich die Schleife. So. Jetzt kann man das hier so noch ein bisschen zur Seite schieben, so wie man es ganz gerne hätte. So. Dann hat man hier das Schleifchen. Und fertig. Ja. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Methode, aber da ich selber noch so ein bisschen am Anfang bin, hier gibt es auch andere Schleifentechniken. Also, wenn ihr zufällig wisst, man kann die Schleife noch anders knoten oder binden, das ist dann einfacher für solche Sachen, schickt mir einfach die Infos. Ich probiere gerne mal aus, was es so alles gibt. Aber ich finde, das ist eine süße Geschichte. Dazu noch der Umschlag. Da freut sich der Beschenkte auf jeden Fall. Was kommt denn jetzt hier so drunter? Also, ich finde, das ist eine tolle Geschichte, ein tolles Set. Nochmal für alle, die jetzt vergessen haben, wie dieses Set heißt. Ich setze auch bestimmt noch einen Link zu diesem Set, dass ihr das bestellen könnt bei mir auf der Seite. Das Set heißt... Oh man, mein Gedächtnis. Vorhin habe ich es noch gesagt, wie das heißt, aber ich habe es gleich. Und zwar... Mein Anker heißt das Karten-Set. Und hier ist es nochmal abgebildet, was ihr alles damit machen könnt. Könnt ihr euch gerne bestellen. Und die Sets sind preislich vollkommen im Rahmen. Dafür, dass wirklich alles dabei ist, was ihr braucht, außer vielleicht ein Stempelreiniger. Also, ich sage euch nochmal kurz, was ich euch wirklich empfehle. Wenn ihr jetzt wirklich anfängt und wollt das mal ausprobieren, was ihr euch wirklich holen soll, oder, finde ich, zu so einem Set zusätzlich. Ist so ein Aufhebhelfer. Auch dazu mache ich euch den Link rein. Ein Falzbein. Und eine Papierschere. Das ist so die Sachen, die ich sagen würde. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Stempel. Am Anfang könnt ihr so reinigen, unter fließend Wasser und trockentupfen mit einem fusselfreien Tuch. Oder wenn ihr sagt, nö, ich will nur Stempel ausprobieren, aber so basteln ist auf jeden Fall eh meins. Dann gibt es hier diese Box. Dazu braucht ihr den Stempelreiniger. Und dann seid ihr echt gut ausgestattet für ganz viele Stempel, Boxen, Sets zum basteln. Ja. Das war es von diesem Set. Es macht echt Spaß. Es sind süße Elemente dabei. Man kann es für viele Sachen benutzen. Gerade für so kleine Geschenkchen finde ich das wirklich toll. Passt bestimmt auch eine kleine Schokolade rein oder was auch immer. Lasst euch inspirieren. Guckt, was ihr damit machen könnt. Aber ich finde das eine süße Sache. Wir sehen uns beim nächsten Set oder beim nächsten Projekt. Da, wo ihr halt gerade reinschaltet. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachbasteln. Euer Flo. Ciao! Bis zum nächsten Mal.